hallo der mark und der frosch sind schon dabei schön dass ihr da seid so es müsste alles richtig eingestellt sein hoffe ich dort sind laut spiel solltet ihr hören danke selbst gemacht geht ja nicht dass andere leute so schicke blenden haben und wir nicht wo sind wir stehen geblieben richtig wir sind hier angekommen ich erinnere mich wir hatten glaube ich hier schon mit den ersten drei leuten gesprochen wir waren hinter dem pokémon center und haben das item eingesammelt wir durften kein fossil pokémon abholen habt ihr gesagt weil wir auf der route schon was gefangen haben marmelade ist heftig unter der wild im vergleich zum rest ich habe keine ahnung auf welchem level der arena leiter ist und der arena leiter ist ein kampftrainer das heißt täglich wird sehr viel machen zum fall und giovanni werden wahrscheinlich gar nichts machen und ich hätte gerne marmelade noch hoch trainiert das spiel ist ein bisschen leise oder ich mache es mal ein bisschen lauter für euch das besser ich hätte marmelade gerne hoch trainiert weil marmelade so eine ewig hohe verteidigung hat ich glaube das wäre nicht verkehrt du was ist dein item des tages klammer band keine ahnung was es macht aber ich nehme es gerne mit ich glaube es verstärkt attacken die sowas hier sind die wickel die gegner festhalten ein band dass die stärke aller klammer attacken erhöht ja das ist doch fein und du suchst ein kometen stück das habe ich schon mal nicht das pokémon von dem mann dahinten macht rund um die uhr faxen während das hier drüben für seinen pokéjob alles gibt maraka wo auch starkes kind spielt ruhig mit bronzungen hey wo ist eigentlich dein mund ich will bronzungen zutragen die grau kannst du es wirklich regnen lassen von song stimmt illuminati confirmed das geheime dicta treffen da ist nix aber wir können aufs dach klettern jetzt bist du tatsächlich da halli halli hallo gut to see you oder gut to see me schön dass du da bist hast du schon viele marakamba gefangen würdest du vielleicht eines gegen meinen primo war tauschen ich habe leider keins wenn du deine meinung ändern das kommt gerne wieder vorbei ich glaube nicht dass das passieren wird aber danke die fjog die fjog ist nice gift shop ist tatsächlich nice aber wir haben keinen der es brauchen kann im moment als da kann man auch unter geräusche bei dem wohnen gibt es nix da schon drei steinknochen danke double und hallo kremlin wird vorgemerkt ich kann ja schon mal die belohnungsliste aufmachen die warteschlange ich mache ich mal hier drüben dann vergesse ich das nicht herzlich willkommen warum seid ihr nur kurz da ok das ist ein argument lass dir schmecken was gibt's denn schönes bei euch das musst du uns noch verraten bevor du gehst das ist jetzt eine regel wenn jemand essen geht da müsst ihr sagen was warum kaufst du nicht einige souvenirs der antiken städte die sind ziemlich wertvoll schließlich bekommt man sie nur hier hier gibt es wirklich ziemlich coole sachen zu kaufen aber dann schleppe ich ja noch mehr gepäck mit mir rum dann lass das lieber curry bei wifi guten appetit ich habe auch gerade erst gefrühstückt frische brötchen hey scomi wegen eben noch mal ich will wirklich nicht dass delions ruf nur wegen mir kratzer bekommt aber wie stelle ich das an ich habe keinen blassen schimmer bis ich eine antwort auf diese frage finde bleibt mir nichts anderes übrig als stärker zu werden dafür gibt es viele verschiedene methoden wie wäre es wenn wir gegeneinander kämpfen damit ein paar davon ausprobieren kann ich bin auch schon seit ein paar stunden wach das erste mal war ich um sieben wach aber ich habe mich bewusst noch mal umgedreht das erste mal seit langem und bin erst um neun aufgestanden das war ziemlich geil du möchtest ein paar sachen ausprobieren ja dann bring it on du bist meine rivalin ein kampf gegen dich hilft mir vielleicht auf die sprünge kommt los geht's mark has got things to do places to be so wie hopp hat ein neues pokémon ein urgel urgel ist ziemlich cool aber urgel ist wasser alles was ich will ist der sieg ich verlasse mich auf mein team wenn urgel wasser ist dann habe ich angst vor urgel und ich wechsel auf marmelade taucher die wasseräquivalente zum schaufler oder zu fliegen wir benutzen schutzschild dann kann es das überhaupt nichts anhaben ich liebe es von marmelade zum einsatz konnte ich auch so wir benutzen erstmal whirlpool damit du nicht wechseln kannst alter das tut viel mehr weh als ich das gerne hätte wir sind ja auch nur 29 mit marmelade was mit seinem fisch attackiert das ist kein pikachu das ist bill gates bill gates ist leider tot marmelade ganz schön was ab wir wechseln mal marmelade kommt zurück geht weg du bist dran und jetzt luft schnitt ach das meintest du der mit gates gespuckt ja das stimmt gleich darauf geachtet was einer schnuck hatte wenn du so einen volltreffer landes spüre das sogar ich der wünschen hätte ich getroffen das tut mir leid das war keine absicht ich habe eigentlich nur auf den pokémon gezielt taumfall tut nichts und levelt schimmsticks hat das ist keine gute wahl da sind wir sehr effektiv man dann klar versucht jeder eine sehr effektive attacke einzusetzen wenn er die chance dazu hat ruhe ort da wenig im kampf heilen dürfen könnte ruhe ort echt nützlich sein ich glaube wir tauschen das gegen sternschmer sternschmer haben wir auch als tm das kann man nur versierter zeit wieder beibringen das ist kein problem das ist low dude das ist sehr low dass du den gegen mich einsetzen würdest edwig gut gemacht kommt zurück giovanni giovanni habe ich übrigens inzwischen auch gezeichnet und ich bin sehr stolz auf die zeichnung da unten ist mir finde ich sehr gut gelungen ist ein bisschen krisselig geworden weil ich es natürlich klein skaliert habe aber sieht in voller auflösung echt nicht schlecht aus zu gewinnen wird jetzt schwierig egal augen zu und durch salanga also man merkt ob ist von seiner niederlage so erschüttert dass er tatsächlich sein komplettes team umgeschmissen hat er hat nur noch sein starter behalten und hat ansonsten nur pokémon die auf der letzte rote hier gefangen hat weil er einfach neue sachen ausprobiert um zu schauen ob die effektiver sind respekt dafür ja sein altes team kommt ja noch mal wieder aber respekt dass er neue sachen ausprobiert wenn er merkt okay er kam mit seinem mit seiner strategie nicht weiter wird man eben andere sachen aus das und gut ok 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 ein Gib mir dein Geld. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert und meine Teamaufstellung geändert. Aber das hat es irgendwie auch nicht gebracht. Weißt du, dass ich wirklich ein Schwächling bin? Na, das Plot. Sollten wir gleich quoten. Mein Bruder ist für mich einfach der coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze über ihn machen. Das machen die Leute auch wegen seines Capes, keine Angst. Ich muss mehr herumexperimentieren. Noch viel, 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 viel mehr. Ich werde mir ein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das nur dank meiner ganz persönlichen Stärken als Trainer über sich selbst hinauswächst. Weil viel seid. Ein Moment. Ach, ich muss Quote-Add machen. Ich kenne meinen eigenen Bot nicht, ist das schlimm. Ja. Die Jugend von heute. Bei der Arena Challenge sollte man sich für seine Pokémon kämpfen. Für sich sei und... Bei der Arena Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen, niemanden sonst. Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Hof des Champs? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Wie dem auch sei. Danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Danke. Du sortierst die Karte in dein Album ein. Als nächstes führt dich dein Weg ins Stadion von Passbeck. Viel Spaß bei der Arena Challenge. Au revoir. Ein Nimbus Fall ist das, worin ein Nimbus 2000 verschickt wird. I remember. Marakambas. Diese Musik ist 10.000 mal besser als das, die Blocks. Auch wenn das nicht schwierig ist. Ihr habt euch sehr gut geschlagen gegen Hobbs Team. Muss ich schon sagen. Wir können uns mal die Liga-Karte angucken, die wir gerade bekommen haben. Elbum. Seida. Seida wuchs unter der begabten Förderung ihrer Eltern auf und wurde gemeinsam mit ihrem Pokémon hart trainiert. Was? Dank ihrem ausgezeichneten Unterhaltsvermögen schafft sie es, in jeder noch so brenzligen Lage ruhig zu bleiben. Daher heißt es zwar oft, dass sie ein kühler Mensch sei, aber sie selbst versucht angeblich nur, sich vor dem Gegner keine Blöße zu geben und zeigt ihrem Pokémon in Matches durchaus ihr wahres Gesicht. Ich kann heute nicht lesen. Ich kann nie lesen. Kätzchen so. Hopsteam. Ach ne. Hopsteam. Schön. Obszöne ist auch gut. Ähm. Sie ist insgeheim verrückt nach Süßigkeiten, doch seit ihre Fans das herausgefunden haben, fällt es ihr schwer, Süßes zu essen. Warum? I don't get it. Hallo. Ich würde gerne meine Karte updaten. Meine Karte ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren. Danke. Weil wegen neuer Klamotten und so. Hier ist noch eine Leiter versteckt. Ah. Eine rissige Kanne. Steigt daran. Ich zeige meinem Diktor die antike Städte von Passbeck. Vielleicht entwickelt es ja dann ein Gespür für Kunst. Warum soll ich runterspringen? Das ist doch nur ein Umweg für uns. Da liegt ja nichts mehr. Oh, Tante, denen sich Pokémon und Dyna maximieren können, nennt man Energiequellen. Stadien in der Galaregion werden auf solchen Energiequellen erbaut. Oh, was für ein cooles Arena-Stadion. Da drüben erstreckt sich das Meer. Schade, ich hätte mir mehr Berge gewünscht. Man kann es den Leuten auch nicht recht machen. Boah. Das sieht aus, als hätte ich das gezeichnet. Wunderhübsch. Das ist die berühmte Wandmalerei der antiken Städte von Passbeck. Sie soll künstlerisch sehr wertvoll sein. Make sense. Vor allem unten rechts die Unterschrift von dem Künstler. Ich finde dieses Bild an der Wand ist voll doof. Ich glaube, wir gehen aber erst noch ein kleines bisschen trainieren. Oh, das wäre toll, wenn das eine Zeichnung von einem der Kinder der Entwickler ist. Wir gehen erst noch ein bisschen trainieren, damit Marmelade up to date ist. Ich habe nämlich echt Bedenken. Das ist eine Arena, die ich noch nicht kenne. Ich habe nur... Eigentlich habe ich drei Pokémon. Rager kann ja auch ein bisschen was reißen. Der wird ja nicht getroffen von Kampfattacken. Aber nur mit dreien wird es halt echt nicht leicht. Ich überlege euch die anderen einfach in der Boxklasse, solange das, falls uns was passiert. Dass wir nicht wieder komplett wipen, aber das wäre auch irgendwie unfair. Das reicht. Dankeschön. Gimiebären. Iguana. Was hatten die denn hier für den Level? Ich weiß das nicht mehr. 29. Iguana ist niedlich. Ein schönes Design. Ist knuffig, simpel. Würde ich wohl auch mitnehmen. Zalanga. Zalanga. Ja, machen wir Dampfwalze, weil da mal Step drauf. Oh nein, ein Sandsturm. Was sollen wir nur tun? Dampf, 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 Dampf. Ich glaube, ich mache gleich die, äh... Die Animationen erstmal wieder aus. Okay, Frau Schaufler habe ich ein bisschen Respekt, weil wir kein Erdbeben haben. Verlangen, Yamaha Dampfwalt, zu weit Hammer, Step drauf. Ja, passt. ich war nie zurück geht weg bleibt in der luft und luft schnell zum trainieren machen wir die animation noch mal kurz aus für die arena wieder ein aber das war marmelade irgendwie auch so um 30 36 haben wir den rest ich nehme wieder den mund zu vollen als so lange trage ich wahrscheinlich ähnlich wir kennen mich ja ihr habt das ja schon erlebt es ist sonnig kann das marmelade nicht eigentlich selber machen marmeladisch paralysiert wir ziehen ja überhaupt nichts ab und soll doch wieder zurück wechseln wenn man mal habe nicht verlieren wollen ärgerlich ich war nie dann darfst du doch wieder am fall zu ich war nicht aber auch ganz gut was auch gekriegt und es ist paralysiert das läuft ja gut das training zweiter kampf und schon die hälfte des teams ist fast kampf und der sandsturm legt sich die sonne scheint wir sind sogar paralysiert schneller so nur dran kommen wir haben schon gewonnen der kampf ist zu ende schlagbohrer bodenart herr kann wenn er rammt das ziel während er seinen körper wie ein bohrer dreht hohe volltrefferquote wenn der sein körper wie ein bohrer dreht und dann schwingt er so in die eigene achse klingt schon geil stampfer und hornattacke ist ansonsten gleich stark also kommt hornattacke weg weil stampfer kann zurückschrecken lassen und ab ins pokémon center und die marakamas freuen sich immer wenn wir in die stadt kommen das ist doch schön danke sehr wir uns bald wieder hoffen deine pokémon werden wieder windelweich geprügelt krankenhaus reif geschlagen gehen wir mal hier runter ich finde es ein bisschen schade dass es hier nicht sowas wie den versus seeker gibt wo man einfach noch mal leute herausfordern kann die man schon bekämpft hat das training deutlich erleichtern komm wir probieren es mal aus schlagbohrer ich verstehe nicht warum sie neue quality of life optionen reinbringen und alte davon einfach auslassen das ist so halb gar dickdry das kann uns gefährlich werden aber wie eben auch allerdings ist dickdry ein schneller wenn ich das jetzt sage werde ich wieder zensieren schlitzer okay das ist ein dummes dick zum glück ich bin schon mit seinem rad trotz wir haben nicht getroffen vorsichtig bei dickdry es youtube das sollte machbar sein der gute alte joey marmelade wird in ein paar level bestimmt nützlicher ich hoffe drauf ich glaube nicht dass es sich vor der arena entwickelt wenn ich mich nicht irre und sie sich geändert haben hat sich früher aus das mal so muss hast du aus das und wobei 42 entwickelt ich glaube das wird vor der arena nicht mehr passieren aber rager hallo hallo red ja ja mittag nachmittag ist alles relativ schön dass du da bist du hast noch nichts verpasst wir haben top besiegt wir haben den rest der stadt erkundet und jetzt trainieren wir vor der arena und rager hat sich gerade in ein wirklop du hast einen schönen korb für zwirklop wird ein eintrag im pokédex angelegt zwirklop das wink pokémon sein körper ist vollkommen hohl wenn es sein maul öffnet saugt es wie ein schwarzes loch alles in sich auf das heißt wir müssen uns von dem artwork verabschieden und brauchen ein neues ich habe noch keins gezeichnet also gehen wir erstmal auf standard gen 3 müsste das gewesen sein also in dem ordner gucken wollen wir es denn da ist zwirklops aber ihr seid nicht alphabetisch sortiert also nach datum da wo bist du bist weg du warst nur sehr klein da machst du dich doch gut klingt gut als mülleimer ja alles gut brug du hast wie gesagt noch nichts verpasst finster faust sie auf jeden fall lernen wir finster faust ich bitte darum dann können wir endlich auch mal mit einer geisterattacke angreifen es ist besser als nachtnebel inzwischen jetzt hier mal die beste ergänzung von seinem stream ganz ehrlich kannst du auf 30 schon was machen wahrscheinlich nicht nur du kommst erstmal nach ganz hinten trainings mäßig wir gucken mal hier das so makaber ja das muss doch gehen oder ich weiß nicht warum die kätzchen bei der ausgeschaltet waren wahrscheinlich zum gleichen grund warum du nicht mehr kommentieren konnte es auf youtube diese gemeine hinterhältigkeit ist der grund oh gott wir machen ja überhaupt kein schaden wechseln wechseln auf pinke mark hat tolle oster emojis mark hat ein tolles bit abzeichen vor seinem namen weil er so viele bits hier ausgegeben hat frosch hat bestimmt die untertitel gar nicht an der sieht nicht was kätzchen für uns tippt sowie die leute auf youtube die sehen auch nicht was kätzchen getippt hat das ist ein reines twitch feature ja gp rage hat sich gerade entwickelt da will gerade eben warum kann man eigentlich nicht morgen ach so ich habe habe ich bei mir das aus mit denen mit denen die mode anpassung oder wenn ich das ausgemacht damit eine gerade nummer ist und zwar neun dinger untereinander haben vielleicht deswegen vielleicht deswegen wir werden bestimmt nicht gegen ein iguana mit einem marmelade kämpfen wir sind ja nicht doof mit zwölf sind hatte ich das rausgenommen ja weil ich immer dreier reinhaben wollte da muss ich erst noch zwei sounds hinzufügen damit ich das wieder einschalten kann wo ist dieses kätzchen und kann ich es schnarchen hören wie otto kätzchen schreibt unsere untertitel kätzchen ist unsere angestellte die schreibt jeden stream hier live mit während ich rede wenn du unten auf cc drückst dann siehst du was kätzchen für uns schreibt wenn du ein bild von kätzchen sehen möchtest dann kannst du runter scrollen da siehst du wie kätzchen aussieht ich schalte das fürs nächste mal hinzu mark dann kannst du agli modden ich hätte das glaube ich rausgenommen zum einen weil wir halt die zwölf hatten damit es gleichmäßig aufgeteilt ist weil ich das nicht mag wenn da ein oder zwei in der reihe alleine stehen und zum anderen weil ich mir dachte es kann ja eh nur agli gemoddet werden weil niemand die anderen hat und die pyramide bist du der einzige der sie hat ich glaube die willst du nicht morgen wenn kätzchen mal nicht schreibt dann liegt das daran dass sie eine raucherpause macht tatsächlich scrolling entdeckt ganz neue welten für den frosch verrückt ich habe gehört wir kommen nachher wieder zum einsatz bei double schief mit unlocked scrolling so ein schönes lied vermikula also wie gesagt wir trainieren gerade marmelade noch ein bisschen aber nicht gegen das hier damit marmelade für die arena gewappnet ist das ist eine arena voller kampf trainer und da kann ein pokémon mit hoher verteidigung durchaus nützlich werden sagen warum ist denn käfer gegen die recht aktiv wo das fies einfach nur so stark setz und da kann doch auch gegen man aber ja kämpfen ich wünschte zaunfall hätte so einen kleinen holzflock dabei das wäre so schön nicht das einschalten und da muss ich zu tütschen anpassung jetzt sind noch mal meine ich nicht den ball das wollte ich nicht das zählt nicht was fangen lassen was natürlich frei ich wollte nebenbei schnell kämpfen das war ein das zählt nicht gott sei dank das ist man sachen schnell nebenbei erledigen will zuschauer belohnungen das zählt nicht ich wollte das nicht fangen wollte das hier machen kanal punkte belohnungen mark möchte gerne ändern eines einzelnen emotes aktiviert bitteschön weiß nicht ob du aktualisieren muss damit das auftaucht aber ab jetzt kannst du ja jetzt musst du den run neu anfangen nein wir haben sie nicht gefangen alles noch mal gut gegangen 300 mark kostet das ja mag wer auch eine geile kanalwährung übrigens ihr verrückten leute ich glaube das muss hedwig machen oh gott oh nein oh gott oh gott das sieht so falsch aus oh gott ich will das nicht tu das bitte nie wieder warum sieht das so falsch aus oh man oh 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 nein da ist es wieder nein war macht das weg geht warum sieht das so falsch aus es ist ja das gleiche bild nur gespiegelt aber es sieht einfach viel 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 furchtbarer aus das gehört so nicht nein hör auf das sieht einfach nur falsch aus sogar kätzchen ist rausgelaufen kätzchen hat das nicht ausgehalten kätzchen ist nach draußen gelaufen weil es das nicht ansehen konnte aber jetzt ist kätzchen wieder da auch gottes美 im 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 und weiter geht es nächstes training herunter war doch gar nicht da die hippo aber wir hätten ein hippo haben können auf dieser rote und haben kein hippo hippo ist voll toll das haben wir eigentlich auf dieser route gefangen weiß das noch niemand marmelade kannst du schon für dich selbst kämpfen bist du groß genug zumindest den sandsturm negieren wir aqua knarre war noch nicht so richtig toll aber sollte reichen mein kopf gesehen aber auch hier whirlpool nicht cool marmelade geht es gut alles in ordnung niemand wird marmelade verletzt okay alles ist gut auch wenn das böse die kreis versucht hat es hat keine chance wenigstens gibt es ordentlich erfahrung haben wir eigentlich noch xp bonbons oder sowas irgendwas um marmelade ein bisschen unter die arme zu greifen sonder bombons haben wir zwei stück ich bin fast in der versuchung die nach dem nächsten level ab noch zu geben damit aber schneller sind jetzt hier Untertitelung des ZDF, 2020